Ich glaube, die Exkursion ist soweit fertig vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass die SchülerInnen eine Menge lernen werden. Da stimme ich dir absolut zu. Ich denke sogar, dass wir es schaffen, sehr individuell auf die Bedürfnisse der SchülerInnen einzugehen. Schön, dass euch unser Austausch weiterbringt. Habt ihr euch auch schon überlegt, wie ihr die Nachbereitung der Exkursion durchführen wollt? Was meinst du damit? Ja klar, wir sprechen nochmal über das Erlebte, aber viel mehr habe ich mir dazu jetzt nicht überlegt. Ich würde auch sagen, wenn wir die Ergebnisse noch einmal besprechen und dann vielleicht noch ein paar Bilder anschauen, sollte das ausreichen. Sonst verlieren wir zu viel Unterrichtszeit. Ich verstehe, was ihr meint, aber ihr verschenkt sehr viel Potenzial, wenn ihr die Exkursion nicht ausgiebig nachbereitet. Eine Nachbereitung hilft euch, das Gelernte zu festigen und in einen größeren Zusammenhang zu bringen. Lasst uns kurz die wichtigsten Gründe dafür anschauen. Zunächst einmal. Die Nachbereitung hilft euren SchülerInnen, das Gelernte langfristig im Gedächtnis zu behalten. Durch Wiederholung und Anwendung wird das Wissen gefestigt. Brovelli von Niederhäusern und Wilhelm zeigten 2011, dass selbst eine kurze inhaltliche Nachbereitung einer waldökologischen Feldarbeit im Klassenzimmer signifikant höhere und signifikant länger anhaltende Kompetenzentwicklungen bewirkt. Die Nachbereitung hilft euren SchülerInnen, Erlebnisse und Informationen zu ordnen. Während der Exkursion prasseln viele Eindrücke auf sie ein. Im Klassenzimmer habt ihr die Ruhe, alles zu sortieren und zu verarbeiten. 3. Durch die Nachbereitung könnt ihr nochmal Verbindungen zum Unterrichtsstoff herstellen. Eure SchülerInnen sehen, wie das, was sie auf der Exkursion gelernt haben, mit dem zusammenhängt, was ihr im Unterricht behandelt. 4. Die Nachbereitung fördert den Austausch in der Klasse. Jeder hat vielleicht etwas anderes wahrgenommen oder gelernt. Durch Diskussionen und Präsentationen profitieren eure SchülerInnen voneinander. Und nicht zuletzt, eine gute Nachbereitung regt zum weiteren Nachdenken an. Vielleicht entstehen neue Fragen oder Ideen, die ihr in der Klasse weiter untersuchen wollt. Ich sehe, warum die Nachbereitung so wichtig ist, aber ich habe Bedenken bezüglich der individuellen Ergebnisse. Wir haben durch verschiedene Tools große Fortschritte in der adaptiven Förderung unserer SchülerInnen gemacht. Das ist toll, aber es bedeutet auch, dass die Nachbereitung ebenso individuell gestaltet werden muss. Wir können sicherlich wieder ein digitales Tool dafür verwenden. Das stimmt. Auch für die Nachbereitung stehen Ihnen diverse Tools zur Verfügung, die Sie nutzen können. CoSpaces ist ein Beispiel für eine digitale Anwendung, mit der eine umfangreichere Nachbereitung umgesetzt werden kann. Bevor Sie beginnen, überlegen Sie sich, was Sie erreichen möchten. Möchten Sie die Bewertungskompetenz der SchülerInnen fördern, wie bei der Frage von Amila zur Waldabholzung, oder geht es eher um die Vertiefung der Artenvielfalt, wie bei Reiners Frage? CoSpaces ermöglicht es, den Exkursionsort digital in 3D nachzubilden und multimediale Inhalte einzubinden. Die SchülerInnen können so die Auswirkungen der Abholzung visuell erkunden und verschiedene Szenarien simulieren. Minecraft und Minetest bieten eine gestalterische Umgebung, in der die SchülerInnen aktiv den Wald gestalten können. Sie können die Auswirkungen der Abholzung simulieren, neue Lebensräume schaffen oder die Artenvielfalt darstellen. Welches Tool besser geeignet ist, hängt von Ihren Zielen ab. CoSpaces bietet eine detaillierte Darstellung und Multimedia-Integration, während Minecraft und Minetest aktive Gestaltung und kollaborative Exploration ermöglichen. Beide Tools vertiefen das Lernen über den physischen Besuch hinaus. Sie finden weiter unten in diesem Modul eine genauere Erläuterung zu diesen Anwendungen. In Ergänzung zu Modul 5 finden Sie dort auch die Nachbereitung unserer Exkursionsbeispiele. Landwirtschaft und Ökologie eines Sees. Probieren Sie es gemeinsam mit Ihren SchülerInnen aus und erfahren Sie, wie diese Tools Ihre Nachbereitung einer Exkursion bereichern können. Das ist eine gute Herangehensweise. Es ist wichtig, dass Sie sich kompetent fühlen, um die SchülerInnen unterstützen zu können. Denken Sie aber daran, dass es keine Schande ist, Ihren SchülerInnen Fragen zu stellen oder bei Problemen sie direkt anzusprechen, insbesondere da einige von Ihnen bereits sehr gut mit solchen Tools vertraut sind. Sie können wertvolle Hilfe und Einsichten bieten, die den Lernprozess für alle bereichern können. Nach dieser Einführung bin ich definitiv zuversichtlicher, dass ich die digitalen Tools bei zukünftigen Exkursionen effektiv einsetzen kann. Es macht jetzt viel mehr Sinn für mich. Stimmt, ich sehe das genauso. Danke für die Unterstützung und die hilfreichen Tipps. Sehr gerne. Ich freue mich darauf, Ihre Fortschritte zu sehen und stehe Ihnen jederzeit zur Seite. An dieser Stelle möchten wir uns von Ihnen verabschieden und uns bedanken, dass Sie uns bei dieser kleinen Reise begleitet haben. Wir hoffen, Sie konnten einige neue Informationen aus dieser Fortbildung mitnehmen und auch das Forum für einen Austausch mit KollegInnen nutzen. Auf Wiedersehen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Freude beim Ausprobieren. Auf Wiedersehen.